Ohne Auto in Nordfriesland unterwegs zu sein, ist kein Hexenwerk, denn mit dem Rufbus ist man hier überall mobil. Man muss einfach vorher anrufen und seine Fahrt buchen, wie Nele hier. Oder man macht es wie Nils und bestellt sich den Rufbus über Smartphone. Die Dispozentrale sammelt die Fahrtwünsche, bestätigt sie und schickt den Rufbus zu den jeweiligen Zeiten los. Der Rufbus fährt die gebuchten Haltestellen an und holt die Fahrgäste ein nach dem anderen ab. An vielen Bahnhöfen und anderen Rufbushaltestellen kann man bequem in Züge und Busse umsteigen. Aber der Rufbus fährt natürlich auch zu allen anderen Haltestellen. Alle Informationen findet man im Internet unter rufbus.nordfriesland.de Dort kann man auch die Fahrpläne herunterladen. Die gibt es aber auch in den Ämtern und Touristinfos. Gute Fahrt!